Ah! Ah! Ahahahahaha! Jo Leute, da sind wir wieder! Und weiter geht's mit Portal 2 mit dem David und... Tegelmein. Tegelmein. Ja, wir waren in Komasi bestehen geblieben. Und der David Ras wieder voll mit dem Kopf gegen die Wand. Das mag ich. Okay, also da muss auf jeden Fall ein Portal hin. Da hat er mir so schön auch schon gezeigt. Bring mal dagegen bitte. Ach so, nützt ja noch nix. Wahrscheinlich muss man dann da hin. Macht das Sinn? Dann kann ich nicht... Ich glaube, wir müssen... Da steht es für Kontomaten. Da drücken. Ah, guck mal, wir müssen beide irgendwie an diese... Nein, schau, leichtzeitig fliegen oder? Du musst eins... Da einschießen. Zum Beispiel das Rote. Und dann muss ich... Nein! Nein! Okay. Funktioniert auf jeden Fall. Ja, wir werden gleichzeitig loslaufen. Okay. Mach du einen Countdown. Huh? Huh? Hat funktioniert? Oh ja, Tatsache. Auch nie wieder Lays. Was ist denn das hier? Hm, ich weiß nicht. Hm, diese Teile kommen auf... Warte, du musst... Ach du Kacke! Nein! Okay, das war's natürlich... Ja, du musst den Block so hinlegen, dass... Der genau hier hingeht, in das Portal. Alter! Das Portal... Wo muss der überhaupt hin, der Strahl? Der muss da rein. Da. Also... Hey, hör auf jetzt! Ja, und jetzt leg den Block. Schnell. Da, in den Laser, dass er hier in dieses Portal zeigt. Okay. Ich schaue voll böse aus. Ja. So, jetzt schnell. Okay. Lass doch liegen! Ach, das geht nicht! Ach du Kacke, du musst da stehen bleiben! Okay, da muss ich mich wohl hier oben drauf stellen, denn das sieht aus, als würde das hochfahren. Das macht's natürlich um einiges schwieriger. Scheiße, du... Und... Go! Los! Ist natürlich nur noch die Frage, wo ich jetzt hin muss. Äh... Muss ich hin? Äh... Ist... Ich muss ne, er kommen! Ja, komm zurück, komm zurück! Boah, da war knapp, du! Ja! Wo muss ich denn von da aus hin? Also das fährt bis hier oben hin hoch. Ja, gut, dass man uns das jetzt überlegen und nicht erst... Ähm... Also da hinten ist irgendwas. Mhm. Das zeigt, schieß sie nach vorne. Schieß mal... Ein Portal... Also wir müssen irgendwie... Das ist ein Punkt noch. Ja, das ist ja wohl klar. Und dann muss... Muss man da in den in den Portal da oben hinfinden, das Ganze schon mal schießen. Ich kann so von hier, von hier, von hier, hier, macht das schon ein Portal hin. Ähm... Was kann ich? Na, vergiss es schon. Na, vergiss es schon. Mach, das ist nicht da hinten noch. Ach, das ist ja auch schon sicher. Ach, du musst... Ach, du musst... Du musst da rein springen, du bist da dagegen, du bist da hinten dagegen. Du bist da hinten dagegen. Schuhe, nein. Okay, dann mach du das einfach mal mit. Okay. Okay. Mit dem. Schnell. Du triffst nicht. Ah, ich will hier weg. Also das ist ja auch voll weit weg. Ja, scheiß drauf. Ach, du bist da. Du musst versuchen zu treffen. Ja, schon klar. Macht Sinn. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, jetzt. 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 Ja, treff ich? Ha! Mann! Ich habe Angst! Schnell! Ich will hier weg! Spring! So, wo bist du? Komm, du? Kommt durch! Nen, warte. Nimm das Teil am besten mit. Geh jetzt nicht mehr zu? Ich hab vorhin, ich bin ja hier gegen ihn. Ich hab vorhin, ich bin ja hier gegen ihn. Ich bin ja hier gegen ihn. Ich war hier noch so, dass es nochmal zugeht. nicht warum sollte ich das mitnehmen ist um mich nicht mehr zu sichern ist wiederholen müssen schnell er springt dagegen für die nur es für mich Prozent Prozent ja ich jetzt viel ja nie weiß dass ich noch nicht das was wir schon mal aus was bringt uns das darüber zu achten müssen bei der reine okay um kann man irgendwo ein Portal setzen habe ich erst nicht geguckt kann man nicht hey wie sollen wir dann denn beide da reinkommen wahrscheinlich durch irgendein Portal war dass wir hier bist ja so ganz klar und zwar äh ich bringe noch mal dagegen bitte kannst du dann nach rechts lenken wenn du da oben warst ne wenn du dagegen gekommen bist Prozent Prozent was zu tun was denn wir brauchen das nicht ich bin schon drin Schlechter Kürtel Magus mehr an das Brett dran das Portal möglich sehr gut ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken verdient ich finde die Musik immer so voll bei mir kommt gar keine Musik dabei habe ich die gar nicht ausgestellt ich habe nur gesagt dass ich die nicht unbedingt gut fände wenn ich gesagt habe, dass mir die nicht wirklich gefällt, hat die aufgehört du kannst Trommellehrer werden ehrlich jetzt kannst du auch gerade mit aufwischen aufregung sie nützen niemanden, sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein Experiment um herauszufinden wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet die richtige Antwort lautet 0 Sekunden JOL! der der die der 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 die gibt es immer so so werde ich glaube ich nehme mal stark an dass wir diesen Spiegel brauchen was ein Spiel der hier die ganze Zeit durch und verpufft bleibt ja jetzt nicht weil ich die Treppe ist lang ich bin hier okay ja okay er muss wahrscheinlich wieder da oben gegen den Knopf liegen wir müssen sprechen wird einsetzen nicht schaden um es gibt es hier noch nix okay und ich nehme da und dahin nur was denn muss was was er ja 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 genau und er kann man erst mit ihnen den Würfel müssen wir erst mal den Würfel mit so irgendwo runterspringen ach hier okay muss ich das teilen n n n n n n n n n da muss wahrscheinlich in dem Moment einer da oben sein und das auffangen aber wie kommt man da hoch ach ähm ach du musst ach so ja ich muss äh schieß mal da oben ein Portal hin zur 2 hier schieß da mal das äh lila ein Portal hin so warte n 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 Pflanzen ja und dann schießt er irgendwo hier und dann das so hier dann kommen wir herkommen ich glaube wir müssen es so machen einer muss um hier und hier ein Pfeil und einer muss hier und hier und da wenn du sobald das Ziel hoch fliegt muss einer da oben rein springen genau ich verstehe das war kacke du teilst das jetzt nicht wir wollen wir holen wams so warte warte ich sag jemand stelle ich mal vor das Portal jetzt das war ich ein bisschen zu spät da drüben an die Säule wo die 2 steht nochmal jetzt oh das war zu früh doch okay also ungefähr ein bisschen später wenn der da drin war hast du dein Portal geschossen nein da unten fehlt noch jetzt schießt ihr ein Portal oh das ist super ja halt ihn mal gucken was passiert da ist irgendwas passiert aber was vielleicht ist jetzt unten irgendwas aufgegangen ach das der Rote hat aufgehört sich zu drehen welcher ja große genau der Rotor ich hab verstanden der Rote und das bringt genau was warte ich guck einfach mal unten ob jetzt das links offen ist da drüben mal die Treppe dann setze ich aber noch mal da drüben ein Portal damit ich da nicht wieder hochlaufen muss ich glaub wenn du springst und dann steuerung drückst dann müsstest du da drauf stehen können okay boah jetzt hab ich fast runtergesprungen ähm guck mal da oben ist noch irgendwo was ein bisschen rechts von dem Roten was du gerade können wir dann Portalen setzen nein ich bin runtergefallen scheiße ich bin etwa nach hinten gelaufen vielleicht wenn wir den Laser umleiten stimmt das wäre ne Idee ach guck mal hier oben ist auch noch was hier ja ich seh's da müsste man auch irgendwie springen können nein ich mein dass man da irgendwie ja wo kommt der wieder raus da ich meinte eigentlich dass man da wie äh auch wieder äh da drüber springt da da rein springt warte ich mach's einfach mal ja warte erst wenn der Rote aus ist ach ja stimmt vielleicht schafft man es dann aber ich bin mir aber nicht sicher stimmt das kann gut sein dass man sonst irgendwie keine Ahnung Ja, Tatsache, ich bin durch den Rotor durchgekommen. So, jetzt muss nur noch du irgendwie hierher kommen. Ja, geh mal durch das Tor durch. Ja. Ah, da ist ein Pen Shop. Ja, hier ist ein... Geh mal hier durch, ja. Vielleicht kannst du hier irgendwas... Hier kann ich auf jeden Fall ein Portal setzen. Ja, das Problem ist nur, deine Portale sind halt schon weg, weil du hier... Hmm... Fängt er denn gleich wieder an? Ja. Hm. Warte, ich probiere mal was. Ah, hier sind... Hier ist... Hier sind wieder zwei Hebel. Ja, ich muss da durch irgendwie. Ja, irgendwie musst du da durch. Weil mal gegenüber von dem Fan-Shotdown, ja? Da ist eine weiße Wand. Oder? Da ist eine Wand, ja. Ähm... Ja, genau. Kannst du den Laser irgendwie durch das Fenster holen? Schick mal das Laser hier in mein Portal. Versuch's jedenfalls. Nein, da ist der Laser nicht hoch genug. Warte, aber vielleicht... Warte. Ich bin mir wahnsinnig sicher, was das irgendwie so gehen muss. Warte. Warte. Was mich hier botstellt. Schieß nochmal, schieß nochmal. So, dann schieße ich erst da das Portal. Ja, mach. Wohin? Ja, so. Au, 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 so nicht! Nein, hör auf, hör auf, hör auf! Ja, jetzt lass ihn einfach so. Leg ihn hin. Oh, da ist... Jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Nein, links. Ja, auch gut. Ja, so, hinlegen. Ja, so, zauber. So. So, Van wurde geshuttaunt. Jetzt müsstest du hier rüber können. Ja, oi! Gott. High five! Jetzt müssen wir hier... Ach, jetzt hab ich gewohnt. Ja, okay. Nein, warte. Ja, warte, das war nicht gerechtzeitig. Ja. Ja. Sehr schön. Sauber! Okay, jetzt müssen wir wieder eine Disc finden. Ah, ich hab sie. Okay. War ja sehr schwer. Sehr gut, ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hierbleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ja, das hat einfach mal fast 20 Minuten gedauert, dass wir das geschafft haben, dieses Level. Ja, ich find's gut, dass es anspruchsvoller wird. Ja, das find ich auch. Ähm, ich würd' sagen, dann beenden wir die Folge her, denn sonst brauchen wir fürs nächste nachher auch wieder so lang. Ja. Ja, wir haben jetzt eher einen Schlafabschluss, ich weiß nicht, was ihr glaubt zu tun, aber es geht nicht. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und bleibt mehr Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Okay, da wissen wir, dass auch jetzt einfach mal 500 Schritte mehr als sich. Okay. Das ist natürlich krass. Wir haben 1.000 Firmen, 15 wissenschaftliche Kollaboration. Äh, 102. Was? Ich hab nur 102. 248 platzierte Portale. Hab ich auch. Du hast echt nur zwei Kollaborationspunkte? Warte. Nein, 102. Also 102. Warte. Ja, 102. Hieß es nicht, der mit den wenigeren ist der beste hier? Äh, nein. Ja. Abschnitt 2 haben wir auch gemeistert. Als nächstes kommt dann Abschnitt 3. Den seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Genau. Dann wirst du schauen. Ja. Ciao. Ciao. Ja, tschüss. 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 Tschüss.